Du interessierst dich für einen unserer Bachelorstudiengänge und möchtest dich auf diesen bewerben? In unseren Videos weisen wir dir Schritt für Schritt den Weg zu einer erfolgreichen Zulassung. In diesem Video erfährst du zunächst, wann du dich bewerben kannst und welche Onlineportale für deinen Bewerbungsprozess wichtig sind. Je nachdem, wann du mit deinem Studium beginnen möchtest, bewirbst du dich für das Sommer- oder Wintersemester. Halte hierbei bitte die jeweiligen Bewerbungszeiträume im Blick. Die Vorlesungen des Sommersemesters beginnen für gewöhnlich Mitte März. Die Bewerbung hierfür ist von November des Vorjahres bis zum 15. Januar möglich. Ende September beginnen meist die Vorlesungen des Wintersemesters. Für dieses kannst du dich ab Mai bis zum 15. Juli bewerben. Innerhalb der genannten Zeiträume müssen deine Bewerbungsunterlagen vollständig vorliegen. Ein Bewerben außerhalb dieser Zeiträume ist nicht möglich. Für die Bewerbung bei uns sind zwei Onlineportale wesentlich. Zum einen die Serviceplattform hochschulstart.de, zum anderen der eCampus, das hochschuleigene Bewerbungsportal. In unseren weiteren Videos zeigen wir dir, wie du dich bei diesen Portalen registrieren kannst und deine Bewerbung erfolgreich auf den Weg bringst.